Das ist unsere Schulsozialarbeit. Frau Petters in Wittenberg, Frau Burchardt in Gräfen-Heinichen, Frau Kainz in Wittenberg, Bad Schmiedeberg ist Frau Pötzsch, in Jessen ist Frau Rigg, in Pötzsch ist Herr Letzel, Frau Engelhardt ist in Annaburg, in Wittenberg ist Frau Güller und in Prätin ist Herr Marx. Folgende Projekte gibt es schon. Trickfilmmobil, Rudern, Kochduell und Skaten. Zudem Entspannung, Elternabende, mit dem Thema Regeln und Grenzen, Unterrichtsbegleitung, Berufsorientierung, Netzwerkarbeit und so weiter.